Ach Leute, ihr seht schon, ich fange heute das erste Mal an, wieder quasi in Anführungszeichen auf YouTube-Content zu machen, für halt euch, was die Aufgaben betrifft und generell, was gibt es Neues und sonst was. Und ihr seht schon, Melly kann es schon wieder nicht lassen und hat mir wieder was geschenkt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich warte gerade noch versucht, ein seltenes Huhn zu finden, aber keine Chance, irgendwie nix gefunden. Muss ich gleich nochmal weitersuchen, will ich euch natürlich auch nicht entgehen lassen, wie das Ganze aussieht. Aber Melly, an der Stelle auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Das Video kriegst du natürlich genauso wie alle anderen vorher auch. Und ich weiß gar nicht, was im Shop ist, was ich noch nicht habe. Ich hoffe es nur, es ist kein Copyright gedürnt. Drei, zwei, eins. Nein, es ist kein Copyright. Also, Melly, dann vielen, 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 vielen Dank dafür. Hat mir auf jeden Fall noch gefehlt. Gefällt mir eigentlich wirklich ziemlich gut. Ist so einfach, wenn du dumm rumstehst, die Mode. Also, in dem Sinne, ich versuche noch die zwei Aufgaben herzlich zu machen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für den Support. Und eventuell kommt noch ein Livestream, aber müssen wir erst mal gucken. Und in dem Sinne, haut rein.